Der beste Metalldetektor, den du in 2024 kaufen kannst. Ob spontan nach Feierabend oder als geplanter Wochenendtrip. Ausflüge mit einem Metalldetektor lassen Schatzsucherherzen höher schlagen. Sondeln mit dem richtigen Metalldetektor ist der perfekte Zeitvertreib für Abenteurer, die gern draußen unterwegs sind. Bietet aber auch vielseitigen Freizeitspaß mit Kindern. Wir haben die besten Metalldetektoren herausgesucht. Alle Links zu den günstigsten Angeboten findest du in der Beschreibung direkt unter dem Video. Wir starten mit dem Metalldetektor von SunPow. Der SunPow Metalldetektor ist ein vielseitiges und leistungsfähiges Gerät, das für alle Arten von Schatzsuchern geeignet ist. Ob du ein Anfänger oder ein erfahrener Metallsucher bist, dieser Detektor hat eine Vielzahl von Funktionen, die auf deine Bedürfnisse zugeschnitten sind. Er ist mit einer Vielzahl von Funktionen ausgestattet. Er kann Metalle, einschließlich Eisen, Aluminium, Gold, Bronze und Silber, in allen Metallmodi erkennen. Die Disc- und Notchmodi ermöglicht es, unerwünschte Metalle zu ignorieren, was die Detektionseffizienz verbessert. Die Stange des Metalldetektors ist verstellbar und lässt sich so an verschiedene Körpergrößen anpassen. Sie hat ein ergonomisches Design mit einer verstellbaren Armstütze und einem rutschfesten Griff, was Komfort beim Schatzsuchen bietet. Das Gerät ist mit einer 10 Zoll wasserdichten Suchspule ausgestattet, was es ideal für die Suche in flachem Wasser, wie zum Beispiel am Strand oder in Bächen, macht. Meine Empfehlung als günstigster Metalldetektor für alle Anfänger. Als Alternative kann ich dir den Metalldetektor von Dr. Ötek empfehlen. Am Umfang der Funktionen und den Einstellungen des Ötek MTXR gibt es nichts auszusetzen. Es gibt insgesamt sechs Metalleinstellungen. Eisen, Nickel, Zink, P-Tabs, Kupfer und Silber, die sich mit der Disc-Funktion von links nach rechts am Gerät eliminieren lassen. Zusätzlich zeigt ein großer, mittiger Zahlenwert das mögliche gefundene Metall an. Die 0 beginnt dabei beim Eisen und 100 endet mit Silber. Alles in allem bleibt das aber, wie bei allen Metalldetektoren, nur ein Richtwert und Abweichungen sind nicht ausgeschlossen. Interessant ist die Pinpoint-Funktion. Wurde etwas gefunden, kann damit die Fundstelle exakter lokalisiert werden. Wie bei einem Ortungsgerät zeigt eine Pegelanzeige an, wo man sich über dem Objekt befindet. Nimmt man dann noch die Tiefenangabe in Zoll dazu, hält sich die Buddelarbeit in Grenzen. Bei der Reichweite der Suche spielt der Metalldetektor ganz oben mit. Bist du bereit, mehr Geld auszugeben, empfehle ich dir den Simplex Plus. Der Nocta Macro Simplex Plus ist ein innovativer Metalldetektor, der sowohl Amateur- als auch Profi-Metallsuchern eine breite Palette an Funktionen bietet. Dieser Metalldetektor kombiniert erstaunliche Suchtiefe, präzise Zielidentifikation und benutzerfreundliche Handhabung, was ihn zu einer idealen Wahl für Anfänger und erfahrene Anwender macht. Er bietet vier verschiedene Suchmodi. Mit einer automatischen Bodenanpassung und Selektion kann der Simplex effektiv unerwünschte Metalle aussortieren und so die Effizienz der Suche steigern. Der Nocta Macro Simplex ist wasserdicht und kann sowohl im Süß- als auch im Salzwasser bis zu einer Tiefe von drei Metern verwendet werden. Der Nocta verfügt zudem über eine integrierte, wiederaufladbare Batterie, ein Teleskopschaftdesign und eine Vibrationsfunktion, die besonders nützlich ist für Hörgeschädigte oder für die Suche unter lauten Bedingungen. Meine Empfehlung als bester Metalldetektor. Damit sind wir am Ende des Vergleichs. Falls dir das Video gefallen hat, abonniere gerne unseren Kanal und bis zum nächsten Mal.